Franz Meerston, Günter Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Untertitelung des ZDF, 2020 Franz Meerston und Günter Willers haben Bohrgeräte und technische Ausrüstung in die Oase Tahuwa nach Niger gebracht. Aber ihre Fracht wird nicht abgeladen. Sie sitzen mitten in der Sahara fest. Um nicht zu versauern, haben sie einen Job bei einer englischen Firma angenommen, die Transporte von Algerien quer durch die Sahara an die Elfenbeinküste organisiert. Am 19. Tag ihrer Reise befinden sie sich im Grenzgebiet zwischen Niger, Nigeria und dem Tschad. Du kannst dich ja mal zur Meisterschaft melden, im Ravioli kochen. Ich hab nichts anderes mehr. Na, dann meld sie eben zur Meisterschaft im fantasievollen Einkaufen. Ach, dann 30 Büchsen, Ravioli. Das ist immer noch besser, als wenn du gar nichts eingekauft hättest. Ich hatte keine Zeit. Ja, ja. Ich kann mich hinsetzen, wo ich will. Der Qualm kommt immer zu mir. Ja. Wieso? Der kommt doch manchmal zu mir. Dann sag mal Bescheid, wenn er zu dir kommt. Warum? Dann freu ich mich. Ist doch nicht bei mir. Ich freue mich. Was freut ihr denn? Weiß ich nicht. Frag sie doch mal. Guten Abend. Hallo. Ist hier eine Revolution oder was? Für Aufständische seht ihr ja ganz friedlich aus. Guck mal hier. Ravioli. Mal kosten. Mal kosten. Mal kosten. Wir haben noch eine ganze Menge davon. 38 Däuschen. Mal fahren. Gut. Na komm, die nächste. Mal kosten. Das ist jetzt. Also ist das eineuhちょうど lifecycle? Super. Fahne zu Entschuldigung. Hier ist das eine Möglichkeit. iguilla Eso amande auf 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 guilla Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hallo, Herr. Hallo, Herr. Hallo, Herr. Hallo, Herr. Qu'est-te, qu'est-te, là? Bon, 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 prenez place, je vous prie. Je vais commencer par vous décrire la situation. Komm, besetzen Sie erst mal. Wir wissen, was hier los ist. Hier stinkt doch was. C'est grâce au triomphe de notre armée révolutionnaire, emportée sur les imperialistes, qui poussée par leur ideologie fasciste, exploitent notre... ...eine Revolution gemacht und haben gesiegt, sagt er. Und was hat das mit der Gepäckaufbewahrung da draußen zu tun? C'est la révolution de notre peuple, croyez-moi, de l'impérialisme, qui abolira l'exploitation de notre pays par les nations industrielles de l'Occident. Es geht gegen imperialismus und ausbeutung. Ok, einverstanden. Aber was hat das mit uns beiden zu tun? C'est que vous avez importé un équipement qui pourrait être utilisé dans le but d'exploiter notre pays et d'oppresser notre peuple. Il nous a fallu prendre vos... ...confisquer vos véhicules. Was denn? Unsere Last-Faile? Nous sommes désolés de n'avoir trouvé d'autre issue que la confiscation de votre équipement de forage et de tout votre schade. Beschwingen können Sie doch nicht... Erst feilen Sie die ganze Nacht mit uns und dann klauen Sie uns die Autos weg. Sehen Sie, wir wollen noch niemanden ausbeuten. Und uns gehören die Borgerete auch gar nicht. Vous êtes naturellement des eaux bienvenues, je vous l'assure. Aussi longtemps que vous le désirez, nous nous efforcerons de combler tous vos désirs. ... 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 Lass, ich weiß noch was anderes. Do you know where the telephone station is? Soldier, phone. No, no, soldier. Telegraph, telephone, telegraph station. Oh, aus, aus, aus. Ja, 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 ja. Aus, aus, aus. Ja, 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 ja. Merci. So, mal sehen. Ladend die, die Ladung liegen, it allet verdichert. Die haben kein S hier. Wenn die können den, die so, die haben noch ein S, da die so, wlen, wat wlen, out dem Land kommen kommen. Ach so, schnell. Schnell. Also ein Vertrag steht. Die Industriegüter, die im Rahmen der Entwicklungshilfe in Länder der Dritten Welt, insbesondere in Schwangungsgebiete gebracht werden, sind bis zur vollen Höhe versichert. Von Zugmaschinen steht da gar nichts. Das ist doch logisch, sie sind mit drin. Ja, sie nicht mit drin, sind ich logisch. Das ist doch krass. Bei Naturkatastrophen und politischen Revolten halten die sich fein raus. Ist höhere Gewalt, verstehst du? Und, was willst du jetzt machen? Weiß ich nicht. Willst du denen sagen, dass unsere Versicherung die Revolution nicht anerkennt, oder was? Oder willst du ihnen das Kleingedruckt auf der Rückseite zeigen? Ich will nur die Autos wieder haben. Ja, ich auch. Aber hier im Telex steht, wir sollen die Dinge vergessen, ist alles versichert. Außerdem soll die deutsche Vertretung auch schon ein Abgehauen sein. Hä, das soll alles Panik machen. Mensch, hier ist Revolution, Franz. Die haben uns die Zugmaschinen weggenommen, weil sie an der Ladung was auszusetzen haben. Aber doch nicht an meiner Zugmaschine. Also muss ich sie mir wiederholen. Na gut, versuch's doch mal. Ich habe einen Dolmetscherauftrag. Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous Francais? Jetzt nur noch Englisch. Na gut, Englisch kann ich schlecht, aber schlecht Französisch kann ich gut. Hamdlila Adafat... Was soll das gewesen sein? War ein arabischer Dialekt, verstehst du nichts von. Guck mal da. Noch ein Versuch, aber meiner. Bonjour Monsieur. Parlez-vous Francais? Ich konnte es in der Situation als die... Mit mir könnt ihr ruhig Deutsch sprechen. Tagchen. Henry King, bitte aufsitzen. Na Moment, wohin denn? Wir haben nämlich ein Problem. Na, weiß ich doch schon lange. Eine ganze Gegend spricht von euch. Spricht sich in Minuten schnell herum, wenn so zwei Asse auftauchen wie ihr. Zerreißen sich geradezu das Maul. Also herzlichen Glückwunsch zu eurer absoluten fahrerischen Leistung. Aussprecheranerkennung. Jetzt fahren wir erstmal zu mir. Dann nehmen wir uns einen Kräftigen zur Brust. Ich habe nämlich hier in der Nähe eine Farm. Na, da wird nur wenig Zeit sein. Wir wollen uns um die Lastwagen... Ach, das regelt sich doch von selber. Ich hab was für euch. Das haut euch um, Leute. Ich hab ne Fuhre. 20 Tonnen nach Norden. Durch die Sahara. Gibt 3000 Dollar Sonderprämie. Pro Mann und Nase. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Aha. Dann steigt doch jetzt mal ein. Ihr seid nämlich genau die Typen, auf die ich Monate gewartet habe. Ach, Jahre! Bloß wir haben im Augenblick nicht einen einzigen Lastwagen. Ach komm, steigt ein, Jungs. Nicht einen. Also, da macht euch mal keine Sorgen, Leute. Der alte Henry hat hier nämlich ein bisschen Einfluss, könnt ihr mir glauben. Das ist ja toll. Die Sprache hier verstehen wir nämlich überhaupt nicht. Die können doch hier alle Französisch. Das hat sich aber überhaupt nicht so angehört. Doch, doch. Aber die, die können, die halten sich im Augenblick ein bisschen zurück. Haben doch alle kollaboriert mit dem imperialistischen Feind. Wenn ihr einer Französisch kann, tut er seit drei Tagen lieber, als hätte er die Sprache der faschistischen Runde noch nie gehört. Kommt aber alles wieder. Ist übrigens nett, dass sie uns helfen wollen, dass wir die Lastwagen wiederkriegen. Aber eine Lastwagen brauchen wir nicht. Also Leute, jetzt mal erst eins nach dem anderen, ja. Ich lass jetzt erst mal meine Beziehungen spielen. Dann habt ihr eure Trucks wieder und dann reden wir nochmal über die 6000 Dollar. Klar? Hey, was fällt euch ein? Sie haben hier, wir haben hier kaputt verrückt geworden. Ihre Spiegelhack! Wir wollen nicht der Kapitalismus, Ihre Spiegelhack. Die Zeiten haben sich geändert, Herr King. Ja, Sie haben ja mächtig Einfluss. Dem werde ich es noch zeigen. Es wird wirklich langsam Zeit, dass man sich als Weißjäger verkrümelt über Kurze der Land. Das ist zwar jetzt noch harmlos, aber irgendwann drehen die alle durch. Ich kenn mich hier aus, könnt ihr mir glauben. So, Männer. Jetzt kommt Einsatzplan B, dann läuft die Schose. Wir fahren erst mal zu mir. Einrich Königs FF-Liederbahn. Warum nennen Sie sich eigentlich King? Wir verstehen doch nur Englisch hier. Nein, Französisch. Ah. Wie ich vor acht Jahren hier hängen geblieben bin, musste ich mich für eine Zeit ein bisschen anders nennen. Nachdem wir im Kongo die Gegend befriedet haben, wenn du verstehst, was ich meine. War zwar ein klarer Auftrag für eine klare Mark, hat aber dann doch überall ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Alles klar. Arschklar. Wieso sind Sie hier eigentlich hängen geblieben? Da hinten, das ist es. Oh, da. Schleuchte. Da sind meine Lieblinge. Handtaschen, Schuhe, Rosengürtel. Verkauft sich Blenden nach Old Europe. Für den harten Dollars bezahlt. Die hier haben ja nur Mickey-Maus-Geld, kannst du vergessen? Komm, komm, komm. Ganz schön gefährlich, oder? Aha. Für einen Mann, der seine Sache versteht, keine Spur. Besondere. Vorkommnisse. 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 Rühren. Wegtreten. Das behält er nie. Kommt. Prost, Leute. Auf euer neuen Job. Herr König. Sag, Henry Franz ist einfacher. Prost, Günther. Ist ja alles sehr, sehr nett. Erzählt doch mal was vom alten Europa, Leute. Freue mich richtig, da mal wieder hinzukommen. Gern, aber vorher möchten wir wissen, was Ihr Einsatzplan B ist. Wir haben nämlich ein bisschen Sehnsucht nach unseren Lastwagen. Das ist doch überhaupt kein Problem, Leute. Heute Abend schlagen wir zu. Arsch und sonnenklar. Drei Weiße. Die räumen den ganzen Laden in einer halben Stunde aus. Die Schwarzen, die gestern geputzt haben. Das waren auch nur 30 Würstchen. Und Schwarze. Es sei denn, ich hab die geschliffen. Na ja. Wenn ich dabei bin, da erinnern sich sowieso alle sofort an die guten alten Zeiten. Was meinen Sie denn damit? Abteilung angetreten! Na los, 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 hier Nassensäcke. Macht schon! Na Leute, ist das nix? Großen Überraschungsangriff. Zack! Dann in die Trucks. Und weg. Blitzkrieg. Wie heißt das, Sie wollen einen Privatkrieg anzetteln? Ja, logisch will ich das. Weißt du was Besseres? Das ist ja bescheuert, das ist ja... Weißt du, wenn man vorher Angst hat, das ist nur normal. Aber dann hilft nur noch der Sprung nach vorn. In der Legion hab ich die Leute immer erst in den Arsch treten müssen. Gehe sie aus dem Loch raus sind und gestürmt haben. Aber dann haben sie gefeitert wie die Verrückten. Na richtig in den Rausch kommt man da. Mit der Methode kannst du sogar auch schwarzen Kämpfer machen. Richtig in den Rausch kommen man da. Aha. Weißt du was, Kongo King? Der Willers und ich blasen diesen Krieg hiermit ab. Das heißt, zwei Drittel der Armee treten gar nicht erst an. Und wenn wir die Trucks wieder haben wollen, lassen wir uns alleine was einfallen, damit das klar ist. Ist ja schon gut, Mann. Römerich, weggetreten! Wir sitzen nämlich sehr friedliebende Menschen und haben keine Lust wegen ihrem Schwachsehen umgelegt zu werden. Hab ja schon kapiert. Dann red nicht so'n Scheiß! Ich meinte ja nur, ich bin ja auch nur ein ganz normaler Mensch. Ich bin doch kein Untier, ehrlich. Kotzbrocken nennt man sowas bei uns. Womit der fröhliche Teil des Abends beendet ist. Hans! Nein, jetzt bleibt doch noch hier! Na kommt! Ich rede auch kein Wort mehr davon. Wir sind doch Freunde. Los! Wir trinken noch einen. Und dann ist alles vergessen. Und danach bring ich euch ins Kaff! Zu Fuß kommt ihr da sowieso nicht hin! Ach! Hier! Jetzt auf! Na komm! Ja, ist gut, gut, gut. Du, das... Das dauert Monate, bis man mal wieder ein weißes Gesicht zieht! Ehrlich! Was haben Sie eigentlich so Wichtiges zu transportieren, dass Sie da alle Register ziehen? Hau doch euch hin, Leute! Seid doch nicht so ungemütlich! Wer hat eben ne Frage gestellt? Na jetzt setzt euch doch! Nebitis Ariethans! Kommen manchmal auch wilde Schlangen bisher her! Sorry! Du musst Halt haben! Und dann kontrollieren! Uniform! Richtiges Kurschen! Halt! Arrete! Soldat! Zack! Du bleibst es stehen! Ja! Und dann? Dann fehlt es ja dich! Da kannst du noch so dicke sein! Je dicker, umso länger! Wenn er dann aber fertig ist... So! Zurücktreten! Danach kannst du umfallen! Der guckt sich nicht mehr um nach dir! Das ist ne Haltung was! Ja, nun ist gut! Timo, komm mal da! Jetzt ab in den Bau, aber ein bisschen plötzlich! Matratzen, Horchdienstmeister! Was hältst du von wegtreten? Ach komm doch! Die machen wir noch fertig! Nee, nix mehr! Erst lässt sich vorlaufen, dass wir nicht mal in den Ort zurückkommen und dann willst du uns vergiften! Wir müssen morgen zurück uns um die Autos kümmern und wenn wir zu Fuß laufen! Aber die kriegt ihr alleine doch nie! Da muss euch doch keiner helfen! Franz! Wir können mich doch nicht im Stich lassen! Mensch, wir sind doch Freunde! Das ist Fahnenflucht, verdammte Scheiße! Ihr bleibt hier ab! Bedankt, Kommandant! Schöne Träume! Wisst ihr eigentlich, was auf Fahnenflucht steht? Dann erzählst du uns morgen! Ohne Strafe! Und? Was ist das? Ah, ah! Hörst du das nicht? Nee! Franz! Guck mal raus! Tut mir leid, Leute! Aber ehe ihr mir abhaut! Da gehört ja eine Anstalt! Ich glaube, da sind wir schon drin! In der Geschlossenen! In der Geschlossenen! Ehe! Ehe! Aufsitzen! Was ist denn jetzt schon wieder? Es geht los, Tag X! Wir können uns heute absetzen! Das war ein Befehl! Lass mich doch endlich in Ruhe mit deinen Spinnereien! Ich hab mir eine Existenz aufgebaut und will in Frieden leben! Und damit basta! Die alten Zeiten sind vorbei! Begreif das mal endlich und hau ab! He 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 he! Dann eben nicht, du Arsch! Ich beschwere dich aber nicht, wenn ich die Schwarzenheit eines Tages rumliegen! Das war ein Scheißdreck, du! Wo hast denn die denn her? Das war ein Radfinder! Ja! Du und Pfadfinder! Ja, St. Georgs Pfadfinder! Heilig Kreuz! In Castum Rauch! In Deutschland gibt's da gar keine Schlangen! Nee, aber Pfadfinder! Dann lernst du ja eine Menge fürs Leben! Und du meinst, wir kommen nach der Methode jemand hier raus? Pass auf! Schlangen gehen nicht durch, Arsch! Ja, der Mensch! Guck dir das vorsätzliche Biest an! Warte! Warte! Habst du nur am Hintern getroffen? Wo ist der Hintern bei der Schlange? Keine Ahnung! Irgendwo hinterm Kopf! Ja, haut mal ab hier! Weißt du was? Dann schlagen wir die Toten, die Bestien los! Das dauert doch Stunden! Warte mal! Probier mal was anderes! Ach Scheiße! So! Oh! Guck mal! Probier mal in zwei! Ich mach das mit dir! In meinem Bett auch, du! Vor 40 Jahren zum letzten Mal gemacht! Aber guck mal! Ich will jetzt den Drack! Noch einen Hunderter! Dann ist Schluss, okay? Los! Schalter! Du fährst den anderen! Wenn das Militär ist, haben wir an seinem letzten Potz geröchelt! Los, komm! Ich hab keine Lust erschossen zu werden! Schon gar nicht neben Heinrich König FF Lederwagen! Wisch mal! Ja! Das eine klingt haargenau wie im Wettbeer 28! Ja! Das andere? Wie im Fort oder? Ausstattung! 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 Also los! Ach, mach ich rein! Also! Langsam, Franz, langsam! Ganz ruhig! Du musst nicht! Du musst nicht aufdrehen! Okay! Das wird! Weißen sie wirklich! Dann ladet mal schon auf! Zack, 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 zack! Voilà, Leute! So macht man das hier! Hey! Was habt ihr denn für schöne Gamaschen an? Was war für die Gamaschen? Versteht auch keinen Spaß, was? Ich rass mir die Beine aus und hol euch zwei Lastwagen und jetzt rass mir meine schöne Bettwäsche! Leute, Leute! Das sind nicht unsere Lastwagen! Auto ist Auto! Mensch, ich hab Monate auf so zwei Leute wie euch gewartet! Glaubt ihr, ich lass mir so eine Chance entgehen? Du kannst alleine fahren! Sechstausend Dollar! Das ist doch kein Dreck! Ich weiß, was da drin ist, King! Aber jetzt will ich's ganz genau wissen! Lass das! Du sollst das lassen! Wow! Guck mal einer an! Und davon 20 Tonnen! Und du willst, dass wir ganz gemütlich damit durch die Wüste fahren! Ringsrum Revolution und Militär und wir sollen 20 Tonnen Kriegsmaterial durch die Gegend fahren! Ich muss das Zeug rausschaffen, ehe sie es hier finden! Darf ich mal die Flossen wieder runternehmen? Von mir aus! Wenn du keine Scheiße baust! Wo hast du denn das her? Aus dem Kongo! Bis da zu Ende ging, haben wir uns das mitgenommen! Statt Zold! Und wenn die hier drauf kommen! Die Neuen sind nämlich ganz schön auf Draht! Hast du ja selber mitgekriegt! Dann nehmen sie uns Hopp! Da kannst du Gift drauf nehmen! Na dann! Alles Gute! Geh, bleib stehen! Du sollst stehen bleiben! Stehen bleiben! Wir fahren mit den beiden Trucks da! Ich fahr nicht! Ganz sicher! Und wenn ihr nicht fahrt, dann leg ich euch um! Wegen Befehlsverweigerung! Dann mach ich eben aus Scharkern einen Driver! Hünter! Mach jetzt den Mann nicht nervös! Wenn ihr mir auch nicht vertraut, Leute! Aber daran solltet ihr glauben! Und zwar ganz fest! Wenn ihr versteht, was ich meine! Du, wenn wir mit zwei Trucks fahren, hätten wir doch ne Chance! Wenn du verstehst, was ich meine! Ich meine, mit einem, mit einem Trakt, das wär doch Essig! Ich verstehe! Wenn einer hängen bleibt, haben wir immer noch den zweiten! Irgendwas in der Art! Okay! Aber es bleibt keiner hängen, es geht alles in Ordnung! Ihr seid zwei ganz helle Jungs! Los! Schmeiß das Ding weg! Damit du keine Scheiße baust, fahr ich bei dir mit drin! Und du nimmst den da! Okay! Los! 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 Weiter arbeiten! Zack, 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 zack! Selbst Everest! Und iched cho koffer den Schritt nicht grad, es gibt nicht da mehr, sondern k Stitch! Nimmst den Schritt! Mal den Schritt zack, zack, zack! Ne margines für misunderstandierung! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was hast du eigentlich vor mit dem Fahrt? Willst du damit bis Gelsenkirchen-Pur noch schippern? Das lässt mal meine Sorge sein. Sollte auch bleiben. Gleich hinter der Grenze haben wir einen kleinen Schlecker nach Osten. Und dann geht's in den Schad. Sind die Straßen sowieso besser? Aha. Dann wünschst du dann deine lieben Freunde und deine schöne, harte Dollars. Richtig? Genau so, mein Lieber. Genau so. So blöd bist du dann. Und dann mag Petri, kick die große Sause und zimt sie nach Kenia ab. Wenn du weißt, was ich meine, dann lad ich euch dann mal zur Löwenjagd ein. Ah, danke. Sehr nett. Lass uns hier erstmal durch kochen. Ich komm durch. Na, verlass dich drauf. Na, verlass dich drauf. Na, verlass dich drauf! Musik 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 Hey, was soll das? Musik 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 Kannst du das sehen? Ja. Ist auch bescheid, wenn wir näher brauchen. Jetzt sind es gut. Zwei bis drei Kilometer. Musik 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 Was läuft? Diesel leer gefahren, obwohl die Uhr voll anzeigt. Kapiert. Tut mir leid. Diesel ist aus. Dann fang doch mal, verdammt noch mal. Wir lassen uns keine Zeit für ewiges Palawa. Wofür haben wir die Kanister mit? Du kannst den Diesel nicht einfach nachfüllen und weiterfahren. Muss die Zuleitung entlüften. Wie lange dauert das? Ein, zwei Stunden. Glaub dir, ich merke nicht, dass du das gefingert hast? Wenn du so viel Ahnung hast, fährst du doch nicht zufällig die Karre leer. Sag mal, denkst du, ich will mich standrechtlich erschießen lassen von denen? Ich bin doch kein Selbstmörder, Mann! Kein Quatsch, wir müssen hier weg! Ich halte euch für viel cleverer als ihr seid. Aber nicht clever genug, mir noch mal ein Ding zu fingern. Was hat denn der vor? Der will mit dem einzigen Auto, was noch fährt, abhauen, der Oberschlaue. Wenn du verstehst, was ich meine! Hey, tak hier! Los, nix wie weg! Gehst du rüber? Wie hast du das geschafft so genau auf dem richtigen Zeitpunkt? Ich hab auf den zweiten Tank umgeschaltet. Und der war? Leer. Genau. Wie leer? Ich hab die Hauptleitung durchgekniffen. Und genau hier am Berg war auf einmal ganz leer. Ruhig. Oh Gott. Kommt schon. So, jetzt müsst ihr eigentlich rollen. Gib mir mal eine kleine Starthilfe. Halt! 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 Es ist ein verletz. Halt! 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 Was ist ein Herz, der denn auch, dass sind wir hier! Halt! Musik 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 Oh, das wäre es. Eigentlich kriegen wir von ihm noch 6.000 Dollar. Jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die lassen wir hinter der Grenze stehen, wenn Sie einen haben wollen, sollen Sie sich selber holen. Da unten spannen wir uns ganz schnell einen eigenen Truck zusammen. Ja. Ja? Ja. Ja? 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 Ja?